Teil 21 Abteilungsleiter Mr. M. Miller angerufen und ihm die Ermittlungen in einem aktuellen Fall übertragen. Das Problemchen hatte den bemerkenswerten Decknamen Saturn. Miller leitete sofort alles ihm notwendig Erscheinende in die Wege. Er war schnell. Einige der involvierten Personen wurden jetzt schon beschattet. Miller hatte sich mittlerweile fast das komplette Dossier Saturn zu Gemüte geführt. Es enthielt alle Fakten und die Ermittlungsergebnisse von Bordwins Leuten. Momentan bewegte er sich im Verzeichnis verdächtige Personen. Hier waren zahlreiche Unterordner. Britta Hellström Carlo Gerber Munter richtete Miller neue Ordner ein. Dr. Baldwin und Dr. Rumi. Schließlich öffnete Miller das letzte Verzeichnis. Rotes Objekt. Es enthielt Dr. Rumis Versuchsberichte. Miller war kein Crack in Physik und hatte sich das Unvermeidliche bis zum Schluss aufgehoben. Die Kugel war zuerst dem üblichen Sicherheitscheck unterzogen worden. Gewicht, Umfang, Oberflächenbeschaffenheit, Farbgebung, alle Daten waren akribisch aufgelistet. Anscheinend hatte sie Übergewicht. So ein Blödsinn. Aber da stand es. Im Verhältnis zur Masse ist das Objekt viel zu schwer. Als nächstes hatten sie die elektrische Leitfähigkeit des Materials überprüft und folgendes Ergebnis festgehalten. Das Material leitet elektrischen Strom ohne Widerstand. Su's Bemerkung dazu lautete Unmöglich Danach hatten die Experten versucht, mithilfe diverser Diamantbohrer und Trennscheiben ins Innere der Kugel vorzudringen. Sie scheiterten. Das Material ist härter als jedes Metall, das uns bekannt ist. Die Versuchsreihe hatte einige teure Bohrer zerstört. Seltsam, dachte Miller. Zu schwer? Zu hart? Zu leidfähig? Schließlich hatte Dr. Lumi das Elektronenemissionsmikroskop zum Einsatz gebracht. Die erzielten Ergebnisse brachten keine Klarheiten, sondern warfen nur mehr komplizierte Fragen auf. Auf der nächsten Seite stand, ähnlich wie Blei lässt der Werkstoff keine andere Strahlung passieren. Radioaktive Strahlung und elektromagnetische Strahlung werden abgeblockt. Anschließend hatte Su untersucht, ob das Metall mit Blei verwandt war. Verwandt? Ihre Bemerkungen dazu gaben für Miller jedoch keinen Sinn. Doppelt magischer Kern? Müsste spröder sein. Jetzt verstand er gar nichts mehr. War Dr. Su Rumi von allen guten Geistern verlassen? Magischer Kern? Glaubte sie etwa, die Kugel wäre von Merlin nach Vauxhall gezaubert worden? Miller ermahnte sich zum professionellen Denken und las über das Schwermetall Blei nach. Tatsächlich, Blei konnte einen doppelt magischen Kern haben. Ganz offiziell und ohne Zauberei. Also war die gute Su doch noch bei Verstand. Und er ein einfältiger Laie, der sich mit doppeldeutigem Fachjargon herumplagen musste. Nun ja, mehr brauchte er auch nicht über die Untersuchungen zu wissen. Das Objekt war offensichtlich äußerst bizarr. Er überflog die nächsten Seiten nur noch flüchtig. Dr. Rumi plante in einem externen Labor weitere Untersuchungen. Sie hoffte, den Werkstoff der Kugel danach näher definieren zu können. Der MI6 arbeitete oft mit Spezialisten zusammen. Daher war diese Vorgehensweise völlig normal. Miller lehnte sich zurück und dachte nach. Er hatte einen seiner verdeckten Ermittler auf Su angesetzt. Er glaubte nicht, dass sie die Kugel in den Computerraum geschmuggelt hatte. Nein, Su hatte sicher nichts damit zu tun. Es bestand jedoch die Möglichkeit, dass jemand die Kugel vermisste und zu Su Kontakt aufnehmen würde, um sie zurückzubekommen. Das war erfahrungsgemäß ein vielversprechender Ansatzpunkt. Es klopfte. Miller schloss das Dossier. Vor der Tür wartete der Techniker und nickte Miller auffordernd zu. Gemeinsam gingen sie zum Aufzug und fuhren hinunter ins Lab 22. Jeder Raum in Vox Hall Cross hatte interne Überwachungsinstallationen. Normalerweise waren sie deaktiviert. Nur in Sonderfällen war es Millers Abteilung erlaubt, diese hervorragenden Informationsquellen zu nutzen. Und Saturn war solch ein Sonderfall. Der Techniker, ein alter Hasel, aktivierte die Überwachungskamera im Lab. Er war geschickt, wortkalk und vertrauenswürdig. Genau der richtige Mann für so eine Aktion. Ich brauche sie hier nicht mehr, sie können gehen, sagte Miller kühl und wartete, bis er allein im Labor war. Er zog weiße Handschuhe aus seiner Jackentasche, streifte sie über und ging zum Safe. Miller verharrte einen Moment. Dann holte er einen Zettel aus der Jackentasche und gab den Code ein. Die Safe-Tür öffnete sich sofort. Neugierig starrte er auf einen Bleibarren, der erstaunlich groß war. Er nahm das Ungetüm näher in Augenschein. Der Barren war nur eine Box aus Hartblei, in der das Objekt aufbewahrt wurde. Miller hob den Deckel und erblickte eine rote Kugel. Er nahm sie in die Hand, kullerte sie hin und her und betrachtete sie aufmerksam. Gut, sie war verhältnismäßig schwer, ansonsten aber war sie völlig unauffällig. Er presste sie zwischen Daumen und Zeigefinger und stierte gegen das Licht. Dann legte er sie achselzuckend in die Box zurück, verschloss den Safe und verließ den Raum. Das war Teil 21 von Scromax 1. Die Suche